Herzlich Willkommen zu den Schritten durch die Offenbarung. Im letzten Schritt haben wir gehört, dass Johannes am biblischen Ruhetag seine Vision hatte und auch wir eingeladen sind, am Ruhetag Gott besonders zu erleben. Heute werden wir uns Gedanken machen über die Verbreitung der Apokalypse und auch der gesamten Heiligen Schrift. Wir lesen Kapitel 1, den zweiten Teil von Vers 10 und Vers 11. Und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Johannes bekam den Auftrag, die Vision an sieben christliche Gemeinden in der westlichen Türkei zu schicken. Die Zahl sieben bedeutet, dass hier die Gemeinde Gottes angesprochen wird und die Nachricht von Gott kommt. Ein Buch war damals eine Schriftrolle aus Pergament. Die speziellen Botschaften für die Gemeinden und die weiteren Visionen wurden vermutlich siebenmal abgeschrieben. Das handschriftliche Kopieren hatte eine große Bedeutung für die Verbreitung der Bibel. Die Heilige Schrift ist eine Sammlung von 66 Büchern. Sie ist in einem Zeitraum von 1600 Jahren entstanden und wurde von rund 40 Autoren geschrieben. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern, die in der Zeit von 1500 bis 400 vor Christus in hebräischer Sprache geschrieben wurden. Sie galten als heilige von Gott inspirierte Werke. Jesus fasste das Alte Testament mit folgenden Worten zusammen. Sie ist, die von mir zeugt. Oder es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Für Jesus wies also das Alte Testament auf ihn hin. Das Alte Testament wurde oft und genau abgeschrieben. Das wurde durch die Funde der berühmten hebräischen Schriftrollen vom Toten Meer 1947 bestätigt. In den bekannten Höhlen von Qumran fand man Schriftrollen, die in der Zeit um 200 vor Christus verfasst wurden. Ein Vergleich mit hebräischen Manuskripten aus dem 8. Jahrhundert nach Christus, also 1000 Jahre jünger, verblüffte die Fachwelt aufgrund der genauen Wiedergabe des Textes. Das Alte Testament wurde schon ab 400 vor Christus in die aramäische, samaritanische und ab etwa 250 vor Christus in die griechische Sprache übersetzt. Die zahlreichen Abschriften und Vervielfältigungen des Alten Testaments ermöglichen heute eine zuverlässige Wiedergabe des Textes. Die 27 Bücher des neuen Testaments wurden zwischen 50 bis 100 nach Christus verfasst. Es wurden jene Bücher in die Bibel aufgenommen, die von einem anerkannten Apostel oder einem Weggefährten der Apostel geschrieben worden waren. Vom griechischen Text des neuen Testaments liegen derzeit insgesamt 5400 Handschriften vor. Dazu kommen noch über 9000 Übersetzungen und 36.000 Bibelzitate in den Schriften der Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten nach Christus. Von keinem Werk der Antike gibt es so viele Handschriften. Der bislang älteste Fund reicht in die ersten Jahrzehnte des zweiten Jahrhunderts zurück. Wir haben drei komplette Bibeln aus dem vierten Jahrhundert. Dabei muss man bedenken, dass diese Bücher von älteren Handschriften abgeschrieben wurden und diese wiederum von den ältesten vorhandenen Dokumenten, sodass wir in eine glaubwürdige Nähe an die Originalschriften kommen. Mit der gesamten Bibel wurde auch die Offenbarung des Johannes oft abgeschrieben. Die rund 300 griechischen Handschriften der Apokalypse belegen, dass wir heute den Text lesen können, den Johannes damals an die sieben Gemeinden verschickt hat. Wenn wir also die Bibel oder die Apokalypse lesen, können wir uns darauf verlassen, dass wir heute auch das lesen, was die Autoren damals geschrieben haben. Jesus hat ja schon damals zu seiner Zeit gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Danken wir gemeinsam Gott für seine heilige Schrift, die Bibel. Ich lade sie ein, mit mir zu beten. Gott im Himmel, danke für die zuverlässigen und vielfältigen Abschriften der Bibel. Du hast dafür gesorgt, dass uns deine Botschaft erreicht und wir vertrauen in der Heiligen Schrift, das zu lesen, was du uns sagen willst. Amen. Die Heilige Schrift will uns einen persönlichen Gott verständlicher machen. Davon werden wir im nächsten Schritt hören. Und ich freue mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Die Sendung ist Teil einer Videovortragsreihe und als DVD-Set erhältlich. Unterstützen Sie die Medienarbeit von Vision TV und die kostenlose Bereitstellung wertvoller Videobeiträge durch den Kauf der DVDs.